Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom DaddyShop und heute mal mit einem etwas anderen Ersatzmikrofon und ich muss ein bisschen leise sein, aber ich denke mal das ist kein Problem, ich zeige euch natürlich trotzdem den heutigen FortniteShop, wo sich wieder beide Seiten geupdatet haben und wir haben ganz coole Skins drin, auf der linken Seite haben wir erstmal diesen Paradox Skin drin für 1500 V-Bucks, ich fand ihn ganz okay, ich muss sagen er wurde relativ selten gespielt, also ich habe kaum jemanden mit diesem Skin hier gesehen, so schaut er aus, er hat auch noch ein Backpack hier auf dem Rücken, also falls ihr einen Skin sucht, mit dem ihr so ein bisschen Aufhalten in der Lobby, dann ist das auf jeden Fall echt ein nicer Skin dafür, dazu gibt es natürlich noch die weibliche Variante, nämlich den Lace Skin, den fand ich ziemlich nice, besonders wegen dem Backpack hier auf dem Rücken, dieser Teddybär, der so ziemlich zerstört aussieht, den fand ich auf jeden Fall ziemlich nice, 1500 V-Bucks kostet der, dazu gibt es noch eine Hacke, nämlich diese hier, die Allsicht für 800 V-Bucks, die fand ich ziemlich nice vom Design her, mit diesem Auge, was sich da drauf bewegt, Leider ist der Sound irgendwie, glaube ich, der, ja, hört sich sehr standardmäßig an, das ist ein bisschen schade, weil, ähm, ja, die Hacke sieht ziemlich cool aus, und dann wieder nur so ein Standard Sound, da hätte man definitiv was cooleres einbauen können, Und dazu gibt es auf jeden Fall noch den Gleiter, der schaut für 500 V-Bucks echt nice aus, also ein Custom-Modell für nur 500 V-Bucks, das ist auf jeden Fall absolut in Ordnung, dann kommen wir schon zum nächsten Slot, dort haben wir den Fade Skin drin, für 2000 V-Bucks, Und Leute, wundert euch nicht, wenn meine Maus sich hier mal so komisch hin und her zittert, ich zitter hier nicht gerade, sondern das ist einfach die Maus, ich bewege die mal von links nach rechts hier, dann seht ihr schon, die bewegt sich so ganz leicht auf und ab jedes Mal, ähm, da scheint irgendwas kaputt zu sein, muss ich heute mal im Laufe des Tages gucken, ähm, was da das Problem ist, weil das ist echt mega komisch, Seht ihr das, wie hier die Maus sich so nach oben und unten bewegt, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, aber, ja, das ist auf jeden Fall echt nervig, ja, trotzdem zeige ich euch natürlich hier den Skin, der Fade Skin, mit diesem Backpack hier auf dem Rücken, mit dieser Kugel hier, schaut auf jeden Fall ziemlich heftig aus, und auch der Skin ist definitiv nice, dazu gibt es noch die Hacke, und zwar den Schicksalsrahmen für 800 V-Bucks, die fand ich erst richtig cool, die hat mir richtig gut gefallen, da muss ich aber zugeben, dass ich die kaum noch gespielt habe, also, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Der Sound ist aber trotzdem auf jeden Fall nicht schlecht, und dann haben wir noch den Spaltflügel in dem Set für 1200 V-Bucks, so ein futuristisch ausschauender Gleiter, der ist auf jeden Fall ziemlich nice, den habe ich sogar relativ häufig gespielt, also den kann ich durchaus empfehlen, dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops, wie immer, wenn euch die ganze Serie hier gefällt, dann lasst mir gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, mal schauen, ob wir heute die 3200 Likes knacken, und im ersten Slot der rechten Seite haben wir dann die Stahlsicht drin für 1500 V-Bucks, ein ziemlich hässlicher Skin, Leute, holt euch diesen Skin lieber nicht, auch der Backpack ist gar nicht nice, kann ich also gar nicht empfehlen, dann haben wir noch den Cliffhanger, eine schön kleine Hacke für 800 V-Bucks, und die Taktik-Offizierin für ebenfalls 800 V-Bucks, einer der besten Default-ähnlichen Skins, die es gibt, durch dieses Lila schaut sie schon ziemlich nice aus, dann haben wir noch den echten Intensiv-E-Mode drin, mit einer ziemlich coolen Musik, und noch den Showstopper. Ja, beide kann man sich auf jeden Fall gönnen, wenn ihr mich fragt, welchen ihr euch eher holen solltet, ich glaube, ich wäre trotzdem immer noch für den echt Intensiv-E-Mode, weil er halt so ein bisschen aufwendiger gemacht ist, beide sind aber auf jeden Fall nice, und mit beiden kann man echt nichts falsch machen, und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir den passenden Gleiter, glaube ich, zum gestrigen Skin, nämlich den Sturmsiegel-Gleiter für 500 V-Bucks, ich finde, für einen normalen, sag ich mal, Standard-Gleiter-Modell, ist das echt ein ziemlich cooler Skin, die Textur und die Farben gefallen mir richtig gut, also, ja, den kann ich auch empfehlen, und, ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne natürlich jetzt noch abonnieren, und, Leute, tragt mich gerne als Creator ein, wenn ihr mich supporten wollt, einfach nur Snoxy hier in dieses Creator-Code-Feld reinschreiben, Snoxy mein Kanal, und ein kleines Irren-Sendet dran, wäre natürlich mega, mega nice, falls ihr mich da supporten würdet, kostet euch keinen Cent, dauert nur wenige Sekunden, also, falls ihr mal im Fortnite-Shop seid, tragt das sehr, sehr gerne dort ein, und, ja, würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hören uns dann spätestens morgen wieder zum nächsten Daily Shop, bis dahin, macht's gut, und hört rein, tschüss! Bis zum nächsten Mal, 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 Vielen Dank.